Rund um die 40 Wann kommt im Leben die herrlichste Zeit? Darüber wüsste ich so gerne Bescheid. Ich hab Herrn Müller und andere gefragt, sie haben alle gesagt, rund um die 40. Ja, rund um die 40 Hoppla, Juchhai, noch blüht der Mai, noch ist der Mai nicht vorbei. Juchhai, Juchhai, Hoppla, Juchhai, noch blüht der Mai, noch ist der Mai nicht vorbei. Juchhai! Wann schmeckt die Liebe noch einmal so gut? Wann geht der Wein erst so richtig ins Blut? Wann ist die Freude am Dasein ganz groß? Wann geht es richtig erst los? Rund um die 40 fängt erst das Leben an. Wir ließen uns schon, mein lieber, lieber Mann, den Wind um die Nase wehen, den Wind um die Nase wehen. Hoppla, Juchhai, noch blüht der Mai, noch ist der Mai nicht vorbei. Juchhai! 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 Juchhai!